Der Mann, der lesbisch wurde. Ich wäre gern eine Frau. Angenommen, ich wäre eine Frau, wäre ich dann nicht als die Frau, die ich gern wäre, gern ein Mann. Angenommen, ich wäre der Mann, der ich gern als die Frau wäre, die ich gern wäre, wäre ich dann nicht als der Mann, der ich als die Frau, die ich gern wäre, gern wäre, gern wäre, gern ein Mann. Angenommen, ich wäre der Mann, der ich gern als die Frau wäre, die ich gern wäre, wäre ich dann nicht als der Mann, der ich als die Frau, die ich gern wäre, 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 Wäre ich dann nicht als der Mann, der ich als die Frau, die ich gern wäre, 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 gern eine Frau? Untertitelung des ZDF, 2020